Im Rahmen stetiger Zufallsgrößen werden wir uns in diesem Tutorial den rechnerischen Umgang mit der Dichte-Funktion, Erwartungswert und Standardabweichung anschauen. Und auch wenn das kein Grundlagenvideo ist, werden wir trotzdem kurz, bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, die wichtigsten Sachen in diesem Zusammenhang wiederholen. Als erstes natürlich die Dichte-Funktion oder auch Wahrscheinlichkeitsdichte genannt. Die erste Bedingung, die solch eine Funktion erfüllen muss, ist die Tatsache, dass sie immer positiv ist. Das bedeutet, in einem bestimmten Intervall oder Bereich, das wir betrachten, muss diese Funktion über der x-Achse liegen. Versuchen wir uns das Ganze anhand von einem Schaubild vorzustellen. Also wir haben hier eine Funktion und in einem bestimmten Intervall muss sie über der x-Achse liegen, was hier sowieso schon der Fall ist. Und diese Bedingung stellt sicher, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich nicht negativ sein kann. Zweitens muss das Integral über diesen Intervall von a bis b den Wert 1 haben. Das bedeutet übersetzt, die Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse einschließt, zwischen den Grenzen a und b, muss den Flächenhalt 1 haben. Und diese zweite Bedingung tut ja gewährleisten, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit in diesem Intervall immer bei 1 liegt, beziehungsweise 100%. Ein weiterer wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist natürlich der Erwartungswert Mu. Und er wird ausgerechnet mit dieser Formel. Außerdem gibt es natürlich noch die Standardabweichung Sigma. Und die wird mit dieser Formel bestimmt. Wie man genau diese Eigenschaften und Formel verwendet, beziehungsweise anwendet, werden wir gleich anhand verschiedener Beispielaufgaben sehen. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Gegeben ist f von x mit a mal Klammer auf x minus x hoch 3 mit a Element von r. Bestimme a, sodass f von x eine Dichtefunktion über dem Intervall 0 bis 1 ist. Zur Erinnerung, eine der wichtigsten Eigenschaften einer Dichtefunktion ist die Tatsache, dass das Integral über diesen Intervall 1 sein muss. Und genau diesen Ansatz nutzen wir auch hier. Die Grenzen dieses Bereichs sind ja bereits gegeben durch 0 und 1. Das bedeutet, wir können an dieser Stelle schon mal in dieser Formel einsetzen. Wir haben dann Integral von 0 bis 1 von a mal x minus x hoch 3 dx soll 1 sein. Und natürlich ist das eine Gleichung, die wir nach a umformen müssen. Allerdings können wir uns das Leben hier an dieser Stelle ein bisschen einfacher machen. a ist eine Konstante. Und diese Konstante kann man laut einer bestimmten Integralregel auch vor dem Integral ziehen. Das heißt für uns, wir können dann sagen, a mal Integral von 0 bis 1 von x minus x hoch 3 dx soll 1 sein. Und die Rechnung fällt wahrscheinlich jetzt ein bisschen leichter, weil wir müssen uns erstmal nur um diesen Integral hier kümmern. Dann kriegen wir dafür einen Wert draus. Dann können wir entsprechend nach a umformen. Also, ich nehme jetzt dieses Integral hier zur Seite und sage dann, dass wir nur dieser Teil hier berechnen. 0 bis 1 x minus x hoch 3 dx. Und ich gehe davon aus, dass ich hier an dieser Stelle an diesen Hauptsatz der Integralrechnung erinnern kann. Das bedeutet, wir bilden als erstes die Stammfunktion. Die wäre dann entsprechend 1 halb x Quadrat minus 1 Viertel x auf 4. Das Ganze natürlich von 0 bis 1. Und jetzt setzen wir die Grenzen ein. Zuerst natürlich die obere Grenze. 1 halb mal 1 auf 2 minus 1 Viertel mal 1 auf 4. Und sobald wir in dieser Funktion die untere Grenze einsetzen, also die 0, wird alles 0. Also, das können wir uns an dieser Stelle auch sparen. Und gleich das Endergebnis ausrechnen. Das sind dann 1 halb minus 1 Viertel. Das ist natürlich 1 Viertel. Und jetzt, mit diesem Ergebnis, können wir jetzt die Gleichung, die wir hatten, weiterführen. Das heißt, ich ersetze jetzt das Integral hier mit 1 Viertel. Entsprechend haben wir dann a mal 1 Viertel. Das ist gleich 1. Dann können wir das Ganze mal 4 nehmen. Und somit kriegen wir für a den Wert 4 aus. Damit wäre die erste Teilaufgabe erledigt. Und wir gehen jetzt zur zweiten Aufgabe. Und zwar, hier müssen wir die Wahrscheinlichkeit im Bereich 0,2 bis 0,4 ausrechnen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Das würde keinen Unterschied für die Berechnung machen, wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt so aussehen würde. Also, bei einer stetigen Verteilung spielt keine Rolle oder gibt es keinen Unterschied zwischen mindestens und mehr, beziehungsweise höchstens und weniger. Gut, und natürlich, um diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen, nutzen wir die Funktion von oben. Jetzt haben wir auch einen passenden Wert für a. Also, sieht unsere Funktion so aus. Und die Wahrscheinlichkeit in diesem Intervall berechnet man wieder mit der Fläche zwischen Funktion und x-Achse. Aus diesem Grund stellen wir erneut ein Integral auf. Diesmal mit den Grenzen 0,2 und 0,4. Und unsere Funktion von oben, 4 mal x-x hoch 3 dx. Und wir können natürlich auch hier diese Eigenschaft von oben nutzen, dass man eine Konstante vor dem Integral ziehen kann. Entsprechend haben wir dann 0,2 bis 0,4. Und x-x hoch 3 dx. Als nächstes können wir die Stammfunktionen, die 4 vorne nicht vergessen. Und die Stammfunktionen haben wir bereits gebildet, deshalb schreibe ich sie nur von oben ab. Minus ein Viertel x-of 4. Und das Ganze natürlich von 0,2 bis 0,4. Und im nächsten Schritt würde ich dann einfach die Grenzen einsetzen. Zuerst die obere Grenze und dann die untere Grenze. Bitte die 4 vorne nicht vergessen. Damit wir jetzt ein bisschen Zeit sparen an dieser Stelle, habe ich das bereits alles ausgerechnet. Also ungefähr 0,216 kommt für diese Wahrscheinlichkeit raus. Wir bleiben noch ein bisschen bei unserer ersten Beispielaufgabe. Und hier ist Teilaufgabe C. Berechnen den zugehörigen Erwartungswert und die zugehörige Standardabweichung über diesen Intervall von 0 bis 1. Zur Erinnerung, das war die Funktion, die wir vorher ermittelt haben. Und als erstes werden wir natürlich den Erwartungswert ausrechnen. Hier rechts nochmal die Formel, die wir gleich verwenden werden. Minimal wird sich jetzt ein bisschen die Sache verkomplizieren. Also wir haben dann entsprechend mu ist gleich Integral von 0 bis 1. Das sind wieder unsere Grenzen, wie am Anfang. Und dann haben wir x mal f von x. Also x mal 4 mal x minus x hoch 3 dx. Natürlich, bevor wir diesen Integral lösen, empfiehlt es sich so ein bisschen hier die Klammer aufzulösen. Dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Das heißt, dieser 4x, was wir hier vorne haben, wird dann mit jedem Term in der Klammer multipliziert. Entsprechend haben wir dann 4x² minus 4x auf 4 dx. Als nächstes die Stammfunktion. Entsprechend sind es dann 4 Drittel x auf 3 minus 4 Fünftel x auf 5. Und das Ganze wieder von 0 bis 1. Und als erstes werde ich jetzt natürlich die obere Grenze einsetzen. Also wir haben dann 4 Drittel mal 1 hoch 3 minus 4 Fünftel mal 1 hoch 5 minus. Und dann, wenn wir 0 einsetzen, passiert wieder ein glücklicher Zufall. Alles hinten wird 0. Natürlich muss es nicht immer so sein, aber hier ist es der Fall. Also am Ende haben wir nur noch 4 Drittel minus 4 Fünftel. Und wenn wir das zusammenfassen, dann werden es 8 Fünftel. Oder als Dezimalzahl ungefähr 0,53. Und das gleiche so ähnlich nochmal mit der Standardabweichung. Wir haben hier wieder unsere Funktion. Rechts die Formel, die wir gleich anwenden werden. Ja, die sieht nicht einfacher aus. Außerdem brauchen wir noch das vorherige Ergebnis für den Erwartungswert. Das schreibe ich jetzt auch noch hier daneben. Das war 0,53 zur Erinnerung. Und weil der schriftliche Lösungsweg an dieser Stelle einige Zeit in Anspruch nehmen würde und ich lieber diese Zeit für eine viel interessantere zweite Beispielaufgabe verwende, habe ich das Ganze schon vorgerechnet und werde jetzt die Lösung Schritt für Schritt einblenden. Also, natürlich habe ich am Anfang alles in dieser Formel eingesetzt. Das sieht dann entsprechend so aus. Empfehlenswert wäre es sich nicht, das Ganze hier vorzunehmen für den Anfang, sondern erstmal diese Funktion im Integral zu vereinfachen. Das bedeutet, vorne die binomische Formel aufzulösen und dann mit der hinteren Klammer zu verrechnen. Deshalb habe ich jetzt auch diese Klammer rausgenommen und das Ganze vorher so weit wie möglich vereinfacht. Im nächsten Schritt können wir auch diese Klammern auflösen und das Endergebnis zusammengefasst sieht dann so aus. Um das Integral zu lösen, brauchen wir natürlich die Stammfunktion. Die habe ich hier an dieser Stelle gebildet. Und jetzt kann ich diesen Integral unter der Wurzel weiterführen. Das bedeutet, wir gehen hier an dieser Stelle mit dem Hauptsatz weiter, setzen das Ganze in eckigen Klammern, dann wird zuerst die obere Grenze eingesetzt, dann minus die untere und am Ende kommen ungefähr 0,053 raus. Nicht vergessen, die Wurzel haben wir noch nicht gezogen, deshalb noch der letzte Schritt. Damit kriegen wir für die Standardabweichung 0,23 raus. Diejenigen von euch, die neugierig sind, können natürlich an dieser Stelle auf Pause drücken und in aller Ruhe versuchen, die Rechnung nachzuvollziehen. Wie bereits erwähnt, hier ist noch eine zweite und natürlich auch letzte Beispielaufgabe. Also, die stetige Zufallsgröße x mit der Dichterfunktion f, so wie abgebildet definiert, hat den Erwartungswert µ gleich 0,4 und wir sollen für diese Funktion, die zwei Parameter a und b besitzt, genau die passenden Werte für diese Parameter bestimmen. Im Vergleich zu der Aufgabe davor, merkt ihr schon, es gibt zwei Unbekannten. Das bedeutet, es wird nicht reichen, wenn wir nur ein Integral aufstellen. Deshalb, zur Erinnerung, kleinen Hinweis, wenn eine Funktion zwei Unbekannten besitzt und man diese bestimmen möchte, braucht man genauso viele sogenannte Randbedingungen. In erster Reihe verrät uns die Aufgabenstellung, dass dies eine Dichterfunktion ist. Zur Erinnerung, rechts, das ist der Ansatz für eine Dichterfunktion. Zweitens ist uns natürlich nicht umsonst der Erwartungswert gegeben, deshalb nehmen wir auch noch dieser Formel zu Hilfe. Und mit diesen zwei Randbedingungen können wir sozusagen auch zwei Gleichungen aufstellen. Ich werde als erstes natürlich die Dichterfunktion nutzen und dann haben wir hier entsprechend Integral von 0 bis 1. Nicht vergessen, die Grenzen kann man hier an dieser Stelle ganz gut erkennen. Und die zweite Gleichung mit dem Erwartungswert lautet dann 0 bis 1. Dann kommt x mal die Funktion, also in Klammer ax² plus b dx soll anhand der Aufgabenstellung 0,4 ergeben. Und natürlich werden wir diese zwei Integralreihe zuerst getrennt ausrechnen, bevor wir sie gemeinsam auswerten. Deshalb bezeichne ich jetzt hier das mit 1 und das hier mit 2 und ich kümmere mich erstmal um den ersten Integral. Wir können eigentlich schon die Stammfunktion hier bilden bei dem ersten. Also entsprechend sagen, wir haben dann a Drittel x hoch 3 plus bx das Ganze von 0 bis 1 und das soll 1 sein. Und das ist ja wie eine Gleichung zu betrachten, trotzdem setzen wir zuerst auf der linken Seite erstmal die 1 ein. Wir haben dann a Drittel mal 1 hoch 3 plus b mal 1 und wenn wir die 0 einsetzen, wird das Ganze sowieso 0, also können wir uns das auch sparen. Ergibt 1 und zusammengefasst lautet dann die Gleichung a geteilt durch 3 plus b ist 1. Für den Fall, dass euch dieser Bruch hier vorne stört, ihr könnt auch die ganze Gleichung mal 3 nehmen und dann haben wir a plus 3b ist gleich 3 und vielleicht sieht es so auf die Weise schöner aus. Dann kümmern wir uns natürlich um unsere zweite Gleichung. Hier übernehme ich nochmal kurz das Integral und löse zuerst hier die Klammer auf. Also wir haben dann immer noch Integral von 0 bis 1 und wenn wir die Klammer auflösen, haben wir dann a x hoch 3 plus bx dx ist gleich 0,4. Dann können wir auch hier als nächstes die Stammfunktion bilden. Das sind dann entsprechend a Viertel x hoch 4 plus b halbe x Quadrat. Das Ganze von 0 bis 1 ist 0,4 und jetzt die 1 zuerst einsetzen, dann haben wir a Viertel x 1 hoch 4 plus b halbe x 1 hoch 2. Die 0 eingesetzt ergibt wieder 0, deshalb können wir uns das erneut sparen. und zusammengefasst hätten wir dann hier a geteilt durch 4 plus b geteilt durch 2 ist gleich 0,4. Und auch an dieser Stelle könnt ihr eigentlich mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren, damit die Brüche verschwinden. Entsprechend haben wir dann nur noch a plus 2b ergibt 1,6. Und das wäre dann unsere zweite Gleichung. Und mit dieser zwei Gleichungen können wir ein lineares Gleichsystem bilden. Und sehr einfach in diesem Fall. Also der lautet a plus 3b ist gleich 3 und a plus 2b ergibt 1,6. So, man kann diese Zeilen miteinander verrechnen, zum Beispiel, wenn wir sie voneinander abziehen, obere minus untere, dann fliegt a raus, was auch unser Ziel ist. 3b minus 2b sind 1b und 3 minus 1,6 sind 1,4. Damit hätten wir schon die erste Lösung. Die können wir dann entweder in der ersten oder zweiten Zeile einsetzen. Ich entscheide mich jetzt für die zweite. Entsprechend habe ich dann a plus 2 mal 1,4 ergibt 1,6. 2 mal 1,4 sind natürlich 2,8. Dieser 2,8 bringen wir rüber mit minus 2,8. Und somit kriegen wir für a minus 1,2 raus. Und das war genau das, was die Aufgabenstellung von uns wollte. Die passenden Werte für a und b. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Hinsicht auf stetige Verteilung ist natürlich die Normalverteilung einer der wichtigsten Themen für die Abiturprüfung. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Eigenschaften sowie die Interpretation der Gauschen-Glockenkurve kennt. Diese Normalverteilung muss man auch mit Hilfe des wissenschaftlichen Taschenrechners bewältigen können. An der Stelle sind natürlich noch diese Umkehraufgaben zur Normalverteilung, also die Benutzung der inversen Funktion, sehr wichtig. Außerdem gibt es noch diesen Satz von De Moivre und Laplace. Wenn Bedarf Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.